Ich habe so einen komischen Traum gehabt. Ich habe geträumt, ich bin gelähmt und mir erscheint die Jungfrau Maria und sagt was zu mir. Also stehe ich auf, komme auf sie zu, um sie zu verstehen und in dem Moment merke ich, ich bin nicht mehr gelähmt. Ich bin oft wütend, warum gerade ich diese Krankheit bekommen habe. Warum ich? Oder glauben Sie, dass nur weil einer gehen kann, er deshalb glücklicher ist? Beten wir gemeinsam. Herr, wir bitten dich, heile diese junge Frau, heile ihre Seele und wenn du willst, auch ihren Körper. Der Heilige Geist, Jesus und Maria sitzen von der Wolke und machen Urlaubspläne. Der Heilige Geist, ich habe Idee, wir fahren nach Bethlehem. Jesus, Bethlehem. Na, da waren wir da eh schon so oft, der Heilige Geist, ich habe es. Wir fahren nach Lourdes. Maria springt auf und sagt, Jö, Fein, da war ich noch nie. Maria springt auf und sagt, Jö, Fein, da war ich noch nie.